Hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen. Mein Name ist Nicole und heute habe ich wieder ein Unboxing für euch, denn die aktuelle Luxury Box ist bei mir angekommen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Die Luxury Box ist die einzige Box, die ich hier auf meinem Kanal vorstelle, die leider nur alle drei Monate zu einem nach Hause kommt. Gleichzeitig ist sie auch noch die teuerste, denn sie kostet 39,95 Euro bis 49,95 Euro. Herzlichen Dank, liebes Luxury Box Team, dass ihr mir die Kosten frei zur Verfügung stellt. So kann ich sie euch einmal zeigen und komme auch in den Genuss, die Produkte in dieser Box ausprobieren zu können. Denn die Box hat immer einen Gesamtwarenwert von 150 Euro mindestens. Das wird erfüllt durch sechs bis acht Beauty Produkte, die eben von Marken kommen, die ich persönlich sonst einfach in der Parfümerie links liegen lassen würde, weil sie mir einfach zu teuer sind. Und die Luxury Box hat immer das gleiche Design. Sie kommt in dieser quadratischen schwarz-weißen Optik daher. Ich weiß, manche finden das ein bisschen zu trist, aber irgendwie passt es auch zu Luxus. Ich weiß nicht, wie ich es irgendwie erklären soll. Hier dieser Schriftzug ist dann auch so in einem Goldton gehalten. Dann haben wir dieses schwarze Schleifenbändchen. Es ist natürlich Geschmackssache, aber ich bin der Meinung, es passt irgendwie zur Box. Und jetzt machen wir einmal hier dieses große Schleifenbändchen auf. Was mir hier schon aufgefallen ist bei dieser Ausgabe, dass jetzt hier nicht mehr bei Cosmopolitan drauf stand. Das war sonst immer der Fall. Ich weiß nicht, womit das zusammenhängt. Vielleicht können wir da noch was in dem Booklet nachlesen, was hier immer mit dabei ist. Hier steht jetzt dafür Edition Number One. Es gibt ja vier Editionen und ich gehe dann davon aus, dass die kommenden Editionen entsprechend Edition Number Two und so weiter heißen. Jetzt nehmen wir einmal hier den Deckel ab. Der ist rein schwarz von innen. Und dann hat man passend zum Außendesign schwarzes Seidenpapier, was auch zugeklebt ist mit einem kleinen Aufkleber. Und da steht drauf, hier Luxury. Das Seidenpapier habe ich jetzt einmal geöffnet und hier liegt gleich das Magazin obendrauf, was ich eben schon erwähnt habe. Und jetzt haben wir hier einen ersten Blick auf die Produkte und da sehe ich schon mal, was das gefällt mir richtig gut. Und etwas Bekanntes sehe ich auch. Da schauen wir gleich noch richtig durch. Wir nehmen uns jetzt als erstes einmal dieses Magazin zur Hand, denn da ist immer so eine kleine Einleitung geschrieben. Außerdem habt ihr da alle Produkte abgebildet, Preisangaben dazu und natürlich auch Beschreibungen. Und wir schauen jetzt einmal hier kurz auf die erste Seite. Editorial steht da. Nach einer ereignisreichen und turbulenten Zeit sind wir froh, das Jahr 2021 gemeinsam mit Ihnen begrüßen zu dürfen. Da Sie uns sehr am Herzen liegen, wissen wir natürlich genau, was Sie jetzt benötigen. Hochwertige Produkte, mit denen Sie wunderbar gepflegt in das neue Jahr starten können. Aus diesem Grund haben wir für diese Luxury-Box wieder angesagte Beauty-Highlights ausgesucht, die in Ihrer Sammlung auf keinen Fall fehlen dürfen. Der Text geht hier noch ziemlich lang weiter. Hier sind auch so ein paar Schlagwörter in fetter Schriftart abgedruckt und da werden so ein paar Spoiler gemacht. Deswegen lese ich den Text jetzt nicht weiter vor, außer den letzten Satz. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Testen und eine gemütliche Winterzeit. Herzliche Grüße, Ihr Luxury-Box-Team. Hier steht jetzt nicht wie sonst etwas von der Cosmopolitan auch drin. Eigentlich ein bisschen schade, denn man hatte immer drei E-Paper-Ausgaben von der Cosmopolitan bei der Luxury-Box mit dabei. Ich gehe einfach davon aus, dass diese Kooperation beendet wurde. Das heißt, wir fokussieren uns jetzt einfach auf die Beauty-Produkte, worüber wir uns natürlich sowieso am meisten freuen. Und das Erste, was ich jetzt hier habe, gefällt mir schon mal richtig gut. Das sind nämlich Ampullen und ich liebe Ampullen. Die hier sind von Dr. Grandel. Da habe ich auch schon mal welche verwendet mit einer klaren Flüssigkeit, war das, glaube ich. Die haben so eine milchige Flüssigkeit und die nennen sich Winter Wellness. Das sind drei Ampullen a 3 Milliliter und die sehen eigentlich ganz vielversprechend aus. Gerade ich jetzt auch im Winter brauche besonders gut feuchtigkeitsspendende Produkte. Hier hinten steht regenerierendes Wirkstoffkonzentrat, schützt und beruhigt die Haut in der kalten Jahreszeit für ein weiches, geschmeidiges Hautgefühl. Das klingt ziemlich gut. Ich freue mich schon mal sehr darüber. Und wir schauen mal, was jetzt als nächstes kommt. Und da sehe ich jetzt hier eine rote Schachtel von der Marke Youth Lift. Und da hatten wir erst kürzlich in einer anderen Box auch ein Produkt drin. Youth Lift ist eine Marke, die könnt ihr zum Beispiel im Asam Beauty Shop erwerben. Und wir hatten neulich so ein Anti-Falten-Gel drin. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Ich habe mich irgendwie noch nicht dran getraut. Hier haben wir jetzt eine Tinted Action Cream. Das klingt fast wie eine BB Cream, die aber vielleicht noch irgendwas Besonderes kann. Ich habe keine Ahnung. Das ist hier auch noch eingeschweißt. Ich glaube, ich hole das erstmal hier raus und dann schauen wir uns das Produkt genauer an. Das ist eine richtig große Flasche. Und ich finde sie irgendwie auch ganz stylisch. So mit dem Rot und diesem silbernen Zierrahmen. Und es ist tatsächlich eine getönte Tagescreme. Youth Lift Tinted Action Cream. Die getönte Tagespflege für einen strahlend ebenmäßigen Ton in nur wenigen Sekunden. Zarte Pigmente kaschieren Rötungen, Pigmentflecken und kleine Unreinheiten im Hautbild. Die Haut erscheint erfrischt und erholt. Dank eines einzigartigen Peptidkomplexes unterstützt die feuchtigkeitsspendende Textur dabei, feine Linien und Fältchen zu glätten und die Elastizität der Haut zu verbessern. Ich hoffe, die Haut glänzt nicht so sehr nach diesem Produkt. Ich werde gleich mal was auftragen. Hier steht jetzt auf der Schachtel oder auch hier auf der Flasche keine Farbnummer oder sowas drauf. Das heißt, ich gehe davon aus, dass es da auch nur diese eine Variante geben wird. Und es ist mit einem Pumpspender ausgestattet, was mir auch schon mal sehr gut gefällt. Und jetzt werde ich hier einfach mal was auf meinen Handrücken geben. So, ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viel nehme. Und es sieht auf den ersten Blick echt dunkel aus, muss ich sagen. Mal schauen, ob sich das noch ein bisschen anpasst, ein bisschen abmildert. Schaut mal. Ja, es gibt eine leichte Tönung ab. Es ist überhaupt nicht fettig. Also es hat überhaupt keinen fettigen Glanz. Es fühlt sich sogar eher trocken an. Das finde ich gerade total spannend, weil sie ja geschrieben haben, dass es speziell auf Feuchtigkeit spenden soll. Also es fühlt sich jetzt nicht trocken im negativen Sinn an. Bitte nicht falsch verstehen, sondern positiv. Ich mag es nämlich nicht, wenn so eine getönten Tagespflegen oder BB Creams so einen speckigen Glanz auf der Haut hinterlassen. Und das tut die hier überhaupt nicht. Und das finde ich gerade total schön. Und ich finde auch, wenn ich mir hier so meine Hand anschaue, da sind die Poren etwas kaschiert. Meine Hautäderchen sind weniger sichtbar. Man sieht jetzt auch gut, dass es Rötungen ausgleicht. Also hier im Vergleich sieht man auch so die kleinen roten Äderchen, was jetzt hier, wo ich es aufgetragen habe, nicht mehr zu sehen ist. Ja, ich werde es mal mit in ein Video nehmen und dann werden wir es mal im Gesicht testen. Vom Geruch her riecht es einfach cremig, sehr angenehm. Doch, gefällt mir vom ersten Eindruck her richtig gut. Es sieht ziemlich hochwertig aus. 50ml sind hier drin. Das wird eine Weile dauern, das aufzubrauchen. Aber ich freue mich drauf, es zu verwenden. Ich mache jetzt weiter mit einem Produkt, was ich schon mal ausprobiert habe und was leider bei mir nicht so gut abgeschnitten hat. Obwohl ich mich sehr darauf gefreut hatte. Das ist dieses Trockenshampoo hier von Rose Avenue. Ein Glamorous Volumizing Dry Shampoo. Und es riecht unheimlich gut. Das Packaging ist wundervoll, aber leider verklebt dieses Trockenshampoo die Haare. Es ist im Prinzip ja mehr wie ein Haarspray zu sehen. Ich werde mal schauen, ob ich da einen Abnehmer für finde oder ob ich das anderweitig irgendwie weitergebe. Ich werde es nicht behalten, weil ich es einfach nicht so gut finde. Auch nicht so gut finde ich leider das nächste Produkt. Das kenne ich auch schon. Das ist von der Marke Fräulein B Berlin und das ist ein Petting Sponge. Das ist im Prinzip, ich möchte es jetzt auch nicht auspacken, weil ich es nicht behalten möchte. Man sieht es recht hier so ein bisschen durch. Das ist hier so ein langer Stiel und dann ist hier so ein kleiner Cognac-Schwamm dran. Den kann man sich dann ein bisschen feucht machen und dann kann man damit zum Beispiel Toner oder so in die Haut einklopfen. Also man geht dann so über die Haut rüber und kann einfach so das Produkt besser in die Haut arbeiten. Und ja, es hatte mich damals halt auch nicht so überzeugt. Deswegen werde ich das auch nicht behalten. Aber wir sind noch nicht am Ende angekommen. Wir haben hier noch drei Produkte in der Box. Das heißt, wir haben in diesem Monat ganze sieben. Und ich habe jetzt hier noch eine blaue Tube. Und die ist auch von der Marke Dr. Grandel, wo wir die Ampullen schon hatten. Und das ist einfach passend dazu noch die Winter Cream. Das finde ich jetzt sehr schön. Dann kann man das auch in Kombinationen ausprobieren. Aber das ist auch eine echt große Tube. Die enthält 75 Milliliter. Das ist echt ordentlich. Kälte, Wind und Heizungsluft können die Haut strapazieren und austrocknen. Sie spannt und fühlt sich rau an. Diese reichhaltige 24 Stunden Pflege beruhigt und gibt der Haut Elastizität und Wohlgefühl zurück. Ja, das klingt ziemlich gut und wird dann natürlich in Kombi mit den Ampullen ausprobiert. Und jetzt habe ich hier eine kleine rosane Schachtel. Die ist von der Marke Reveal by MedSkin Solutions Instant Booster. Und das ist ein Kollagen Serum Spray für die perfekte Haut. Okay, wir schauen uns das auch mal genauer an. Vom Packaging finde ich das ganz hübsch. So in diesem schönen leuchtenden Pink. Auch die Flasche finde ich irgendwie total hübsch mit diesem goldenen Deckel und so. Und wir haben hier insgesamt 25 Milliliter drin. Es ist ein Kollagen Serum Spray und Sie haben hier auf der Verpackung dazu auch noch etwas geschrieben. Klimatische Bedingungen, Klimaanlagen und weitere Stressfaktoren können zu einem verringerten Feuchtigkeitsgehalt der Haut führen. Dies zeigt sich in Form von trockener Haut sowie verstärkt sichtbaren Falten und feinen Linien. Die Wirkweise wird hier auch beschrieben. Das native Kollagen und natürliche Feuchtigkeitsfaktoren versorgen die Haut sofort mit zusätzlicher Feuchtigkeit. Apfelstammzellenextrakt unterstützt die Zellerneuerung und haben ausgezeichnete alterungsverzögernde Eigenschaften. Ergebnis sofort geglättete, aufgefüllte Haut, die frisch und jung aussieht. Vor Gebrauch soll man es gut schütteln, das Spray aufrechthalten, die Augen schließen und bei Bedarf auf Gesicht, Hals und Dekolleté sprühen. Ich glaube, das ist so ein perfektes Produkt, einfach so für tagsüber, für zwischendurch, wenn ich zum Beispiel von der Arbeit nach Hause komme. Das werde ich gerne ausprobieren und freue mich auch drauf. Und jetzt haben wir leider nur noch ein letztes Produkt. Und das letzte Produkt ist einmal diese große Schachtel hier von der Marke Beauty Hills. Und ich meine, ich habe von denen schon mal gehört. Ich glaube, das ist sogar eine deutsche Marke, obwohl das System Cosmetics draufsteht. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich habe aber noch nie etwas von denen ausprobiert. Und hier haben wir eine Augencreme, eine Eyeless Bridge Cream. In so einer großen Schachtel eine Augencreme. Wie viel Milliliter hat die? 15. Das ist wirklich eine ganz normale Größe. Das ist einfach ein ganz besonderes Packaging, was hier drin ist. Das sieht aus wie eine Perle. Das gefällt mir richtig gut. Und das ist einfach was ganz besonderes. Und genau darum schätze ich die Luxury Box. Und das habe ich beim letzten Mal einfach so ein bisschen vermisst. Es ist etwas besonderes. Und das gefällt mir einfach sehr gut. Es sieht aus wie eine Perle. Und ich traue mich jetzt nicht, sie aufzumachen. Ich habe nämlich überhaupt keine Ahnung, was die für einen Wert hat. Ich schaue jetzt hier nochmal, was so geschrieben steht, was sie so können soll. Und hier steht auch groß in türkiser Schrift Made in Germany drauf. Also merke ich da ganz richtig. Eine geschmeidig reichhaltige Augencreme, die dem Auftreten der Hautalterungsfältchen in den Augenwinkeln und unter den Augencremefüßen, Knitterfalten und Tränensäcken durch Kollagen, Peptide und schwarzen Haferextrakt entgegenwirken kann. Das klingt sehr gut. Das ist richtig süß. Ich glaube, das ist mein absolutes Highlight in dieser Box. Hier habt ihr nochmal alles im Blick, was in dieser Box enthalten war. Und insgesamt bin ich zufrieden. Auch wenn zwei Produkte, nämlich diese beiden hier dabei waren, die mir nicht gefallen. Wobei, wenn ich sie jetzt noch nicht kennen würde, fände ich sie schon sehr spannend und ansprechend. Ich kenne sie aber schon. Und sie hatten damals halt eben leider nicht so gut bei mir abgeschnitten. Die Wintercream passt jetzt natürlich sehr gut in eine Januarbox. Und die Marke ist toll. Ich finde das Produkt okay. Besonders spannend finde ich hier diese getönte Tagescreme. Das Gesichtsspray, das Serum finde ich auch mega. Die Ampullen finde ich total toll. Und mein Highlight, die Augencreme. Da bin ich, glaube ich, auch so ein bisschen Verpackungsopfer. Gebe ich jetzt so. Aber das heißt für mich insgesamt vier mega tolle Produkte. Ein okay Produkt und zwei Produkte, die ich nicht so gut finde. Insgesamt finde ich die Box gut und werde euch jetzt auch mal hier noch ein Gesamtwert einblenden. Das möchte ich nicht vergessen. Und dann darf ich mich auch schon ganz herzlich bei euch fürs Zusehen bedanken. Ich hoffe, euch hat mein Unboxing gefallen. Ich freue mich jetzt sehr darauf, mich mit euch in den Kommentaren auszutauschen. Erzählt mir eure Meinung zu den Produkten. Was sagt ihr vielleicht auch im Vergleich zur letzten Box, die auch bei euch nicht ganz so gut angekommen ist. Da würde ich mich freuen, wenn wir da ein bisschen schreiben. Und dann sage ich Tschüss, alles Liebe, eure Nicole.